Dieser wunderschöne und super gut ausgestattete Ford Fiesta Titanium könnte schon bald vor ihrer Tür stellen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Bismarck. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstigste Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Mit dunklen Scheiben hinten und Chrom-Dekor wirkt die Karosserie besonders sportlich. 17 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, 7 Airbags und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem sportlich eleganten Ford Fiesta Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost Motor ist erste Sahne. Auf Wunsch bekommen Sie den Wagen mit Garantie bis zu 5 Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.